Dann wurden wir erwachsen und auf euch losgelassen. Keiner wusste, wo wir hergekommen sind und wir wussten gut zu spielen, denn wir konnten nicht verlieren. Hey, hey, wir sind bereit, wir, wir sind einfach klasse, wir können einfach alles. René, du kamst 2016 aus Essen zu uns und bist damit der dienstälteste Spieler, den wir heute verabschieden müssen. Seit 2018 bist du festes Mitglied der ersten Mannschaft und hast mittlerweile über 100 Spiele für uns absolviert. Auch du hast den Aufstieg in die Liqui Moly Handball Bundesliga als Spieler miterlebt und dich mit deinem Spielstil und deinen Toren in die Herzen der Zuschauer gespielt. Über 150 davon stehen mittlerweile auf deinem HBW-Konto. Als du vor sechs Jahren nach Balingen kamst, wolltest du dich in die zweite Hand bei Bundesliga hocharbeiten. Und jetzt hast du schon deine zweite Saison in der ersten Bundesliga hinter dir. Dein Können und dein Charakter sind jetzt in Dresden gefragt, wo du dich ab der kommenden Saison dem HCL Florenz anschließen wirst. Dafür wünschen wir dir alles erdenklich Gute und bedanken uns bei dir für deinen Einsatz als Galja. René Zogel Dann wurden wir erwachsen und auf euch losgelassen HBW